Was geht YouTube? Heute fliegen wir durch die Map mit Sergen und Gambino Brutalo Lutschi. Okay, wir müssen in drei aussteigen. Eins, zwei, drei. Verarschende Idioten. Jetzt geht das Auto mir. Geh doch weg da, du Idiot. Lass sagen, so unnötig, ja? So unnötig. Ach, sehr genial. Er ist geflogen. Ey, Jungs, er ist geflogen. Mehr zu sagen, du oder Schabern? Sag mal bitte, Bruder, bitte. Sag einfach jetzt, warum musst du da ran? Bitte, sag. Sag mir bitte, bitte einen vernünftigen Grund, warum du da ran musst. Gibt's nicht. Dann steht da nicht ran. Okay, Chef, es tut mir leid. Ich werde das nächste Mal darauf achten, dass ich da nicht mehr rangehe. Was für Chef, Junge? Was für Chef? Sag einfach, okay? Gut ist es als Chef, 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 ja? 1, 4, 1, 0. Okay. Ich brauche mich später an. Äh, was brauchst du denn von mir? Ich brauche dich einfach. Ruf mich doch, da ist mir scheißegal, ruf mich überall, wo du kannst. Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg, Jungs. Wir reden. Adios. Adios. Sergen, worum ging's hier? Gut. Wollt ihr zusammenfangen oder? Ähm. Vendetta-Krieg oder was? Die Santos? Ja, so ähnlich. Wir hatten einen Disput mit Kali und dann haben sie mich an den Cops ausgeliefert, weil ich denen gesagt hab, dass ich einen Terrorstatus hab. Wieso sagst du's denen? Ich hab denen vertraut, ja. Du sagst, der Cop-Familie? Ja, ich weiß. Ich hab denen vertraut. Also ich dachte, du bist intelligent, weißt du? Aber dann einen Kali zu sagen, dass du einen Terrorstatus hast, ist halt auch einfach... Oh! 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 Oh, mein Herz ist einfach schriegen. Ich hab jemanden umgebracht! Das ist nicht passiert! Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich hab's auch vergessen, wer das ist. Wir machen jetzt einen Staatsbank oder Human Labs. Boah, ist das gestört. Das ist so krank, die Idee. Das ist Gänsehaut, ja? Rommel, sei mir ehrlich. Ja, bitte. Was sagst du? Ähm... Razzia? Was sagst du dir, dass wir jetzt einen Staatsbank kicken? Nein! Oder Human Labs? Ohl, bist du Rommel, du Eiri? Bevor ich dich... Oder war, ey? Du kriegst Razzia, Bruder, direkt. Ja, Mann, Razzia. Razzia, ich sag Gott zum Razzia. Jungs, ich geh noch mal schön Metall nachlegen. Wenn du zukünftig weiter in dieser Familie bleiben willst, ne? Musst du ein bisschen mehr auf Schule scheißen. Alles gut, in zwei Tagen, Ferien. Glaub mir, 24, 7 da. Besser ist es, weil die Aktivität in den letzten Tagen nachgelassen. Von mir? Ja. Was für ein Playtime hattest du noch mal 20 Tage? 29, aber die wurden zurückgesetzt. Das geht gar nicht, du weißt es schon, ne? Nur wenn ich seine GPU endet, laufe, ich war selber in Europa jetzt, letzten Tage. Also wenn du das genau wissen möchtest, dann wahrscheinlich mit Diego oder mit Kobe musst du das mal besprechen. Aber so wie ich das heraushöre, also jetzt mal angenommen, ich bin jetzt nur Außenstehender, verstehst du? Oder wir in dem Fall. Faut sich das ganz so an, als würden die Vagos, in Klammern, Taxifahrer, euch ein bisschen klein halten wollen. Aber wer weiß das? Die machen so fit, ne? Also diese Lucha-Mannschaft hält hier, kein erst mal kleiner, ja? Ja, aber weißt du, sei ich, in welchem Verhältnis hier zu sein? Nein, Bro. Tag im Vitae, lass sie fertig. Chill doch mal, warte, lass mich doch rein, äh, guck mich. Der hat locker nur 16, 40 oder so. Ey, geh mal zurück, ich sollte mich alle holen. Ich pack da nur rein. Chill, Bruder, chill. Bei mir lief noch nicht. Sergen, brauchst du ne Waffe, ich geb dir, falls du keine Waffe hast. Nein, Bruder, ich hab ne Waffe, ich küsse doch den jetzt. Sergen, fülle nach, bist du buchnig. Ja, ich, ich füll doch nach Tamam-Armen nach, komm, warte doch. Du bist mal sauer. Wo befährst du die, Junge? Ich, ich, ich hab sie doch nicht gesehen. Wir starten. Sergen. Also mit der Maske würde ich auch nicht sehen. Loco, Loco, bist du so sauer wegen der Route oder was? Wegen der Route. Was? Guck mal, ey, du willst mich doch nur zu trügern, ne? Aber das Problem ist, Bruder, ihr habt den nicht halten können. Weiß ich, meine, wir haben den auch nicht halten können. So gut, Bruder. Ihr habt es nicht geschafft. Wir haben es geschafft, ne? Kann nur mich provozieren, ist ja noch gut, Bruder. Aber du, wenn du das machst, ist lächerlich. Sag ich dir ehrlich. Ey, warum? Hundertprozentig lächerlich. Weil du gibst mir dann alle Familie an, dass sie gewonnen haben. Ey, ey, ey. Alles, alles gut, Loco. Aber alles gut. Aber ein zweites Mal vernichten wir euch wieder. Nein, Loco, alles gut. Loco, lass dir wieder in der Früh von Angel erzählen, dass sie zu euch kommen wollen. Ja? Glaubens, glaubens, ja, ja. Ey, Sam, was ist denn eine Glückszahl? Das glaubst du nicht mal selber. Das war das, was du sagst. Was solltest du sagen? Schau mal kurz, sag mal was ist denn eine Glückszahl? Du bist der größte Cap, der rumläuft. Schau dir mal, wie du aussiehst. Bruder, Wallah, bitte mach einer Screenshot, bitte. Bruder. Sieh so krass aus. Ey, Tom, danke für 17 Monate, Bruder. Und Daniel Rommel, danke für den giftigen Sub an EduWash. Und der fahre, danke für den ganzen Tag, hier zwei, Bruder. Bist der hässlichste, wirklich der hässlichste, den ich je gesehen habe, hier im Staat. Gelber Bart, meinst du, du bist cool oder was? Weil ich sehe ja schon zwei Personen, die zufälligerweise sich nicht bücken. Keine Eier, die gibt es cool. Keine Eier, die gibt es cool. Ich werde sehr genau geknallt. Die kleinen Wichser. Wisst ihr mal, wo euer Platz ist? Ich bin nicht euer Hund oder sonst irgendjemand. Kann dir egal sein, sagt er. Ich achte mal drauf, dass es euch gut geht und ich bin euer Hund oder was? Was kannst du? Ich kann mich an und schmeißen jetzt. Ja, mach mal auf, oder wir sind schon weg. Bei allem, was mir heilig ist. Ich hole mir alle. Ich hole mir kurz in seinen Kopf. Ich bin nicht immer ohne die仁. Ich werde mir logic. Ich hole mir alle. Ich foses diesen BTC auf heilen. Ich werde mir 이렇게. Ich bin geg grundsätzlich. die Mischung. Die Mischung. fim Uno von drei. Ich möchte ein Jahrgang. Vielen Dank.